Hi, mein Name ist Elo und wir vom Facharbeitskreis Internationale Gerechtigkeit laden euch ein, mit uns Marmelade einzukochen. Herzlich willkommen bei aufgeweckt, eingeweckt! Für eine leckere Möhrenapfelmarmelade brauchen wir die Schale einer Zitrone, 500 Gramm 2 zu 1 Gelierzucker, 500 Gramm Möhren und 500 Gramm Äpfel. Als erstes schälen wir die Möhren und die Äpfel und schneiden sie klein. Jetzt alles in den Topf und den Zucker mit rein. Die Zitronenschale raspeln wir auch dazu. Wenn ihr mögt, könnt ihr die Zitrone auspressen und den Saft auch in den Topf geben. Wir stellen den Herd nicht zu hoch ein und erhitzen den Topf langsam. Jetzt lassen wir alles fünf Minuten köcheln und rühren es gelegentlich vorsichtig um. Je nachdem wie stückig ihr eure Marmelade mögt, könnt ihr sie auch noch pürieren. Füllt die Masse jetzt in die Gläser, aber Vorsicht, sie ist sehr heiß. Deckel drauf, eingeweckt. Mh, lecker!